Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal zu einem etwas kürzeren Talk und zwar ist das Handballspiel bei der WM 2021 in Ägypten, Deutschland gegen Kap Verde abgesagt worden. Aufgrund Corona-Fällen bei der Nationalmannschaft von Kap Verde, die insgesamt nur noch 9 Spieler zur Verfügung hatten und deshalb gar nicht antreten durften, weil man mindestens 10 Spieler braucht, haben sie es aufgegeben, das Ganze wird 10 zu 0 für Deutschland gewertet, damit steht Deutschland schon mal in der Hauptrunde sicher. Aber Kap Verde hat dadurch noch die Chance, wie ich irgendwie gelesen habe, wenn sie hoch gegen Ungarn gewinnen, auch noch irgendwie in die Hauptrunde zu kommen. Ich sehe da nicht so ganz durch, aber Deutschland ist in der Hauptrunde, das steht fest. Ist natürlich schade, viele Spieler hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, sich zu beweisen, aber ist ja egal. Das nächste Spiel sollte Deutschland gegen Ungarn auch gewinnen und ja, ich finde einfach gut, dass man auf die Sicherheit geht und das Spiel abgesagt hat. Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr das Spiel gestartet oder hättet ihr es auch abgesagt? Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Talk und ciao. Eure Meinung in die Kommentare.